Schon mal in einem Buchladen gewesen und die Vielfalt der Bücher bestaunt? Schon mal in einem Buchladen gestanden und eine Verwandlung erlebt? Schon mal eingetaucht in die Welt der Bücher? Wir von Osiander in Speyer lieben diese Welt und teilen sie gern mit Ihnen. Kommen Sie auf uns zu, wir stellen Ihnen gern unsere Lieblingsbücher vor. Bei uns finden große und kleine Leser etwas. Postkartenschreiber Tiefenentspannte Schnäppchenjäger 100% Pfälzer Kleine Philosophen Mordinteressierte Verliebte Hobbyköche Weltentdecker Spielsüchtige Sich in unserem Café treffende Und viele, viele mehr. Wir freuen uns auf alle. Buch Bücher Osiander Vierge Mordinteressierte Mordinteressierte Vielen Dank.